li hallo löde zurück zu skyrim weiter geht's ja ich hab mal kurz erkundigt wie das gittertor da aufgeht ja die auch selber drauf kommen können eigentlich aber er da das ist eigentlich recht simpel exakt wenn man es weiß ist immer simpel immer einfach druckplätze genauso eine jaja war auch hier kann man noch mal jetzt ich bin zwei von einmal drüber gehen oder draufpacken wie auch immer keine ahnung das drauflegen dass die das war wieder zu kann man auch mal dinge in der hand ich weiß gar nicht mehr anstellung gameplay die steuerung rechner ich nicht dabei kann ich also gar nicht oder wie oder was dann ebenso bleibt auf einmal ja da haben wir es eigentlich auch schon ach was der eine wollen wir nicht wie ist die Ente ne? hier geht nicht weiter der Ausgang da doch hier da schalter da naschendiebstahl hier 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 schädig um hier hier die oder die Billa-Statue von Lisbeth, da ist sie doch. Bogen, ja, Marmit? Marmit, wie ich denn nichts? Lisbeth, ich komme. Ich geh jetzt raus. So, Lisbeth, dein? Ja, ne? Müsste da sein. Ja, blöd, ich komme hier auch schlecht runter, oder? Äh, wo müssen wir überhaupt hin? Warte, muss mal alles laufen? Ach, Marcard. Geht natürlich so schneller, ne? Wann nicht alles laufen? Ja, komm. Lieder sind nur alte Erinnerungen. Machen wir mal, wie so eine komische Stadt, so nur, äh, muss ich sein, unbedingt Stadt. Das kriegst du denn, ne? Das kriegst du denn, ne? Nebenquest, natürlich. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch Schönes? Achso, Igmund. Gehre zu Igmund zurück. Äh, wo ist die denn? Ja, ich zeichne ihn nicht wirklich an. Ja, ich zeichne ihn nicht wirklich an. Habe ich aber noch nicht entdeckt vor den Ort. Schau mal so schon aus, äh, dass man erst mal, äh, guck mal die Halle der Toten. Soll er den Marcard, ne? Auch irgendwo hier, keine Ahnung. Wo soll das hier Marcard sein? Wo er den Marcard, ne? Ja, wo ist denn hier Igmund? Vielleicht nix an. Einmal kurz hier durch sprinten, ob wir irgendwas hier sehen. Ach, Moment. Sieht besser. Fremde. Wollte ich gerade zu dir auch sagen. Daaaah. 17 sind wir schon. Oh, okay. Wollen wir uns hier in Igmund treffen? Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Ja, wird's auch. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Wenn ihr mit den Schlössern hier herausspielt. Das ist so schön. Mit Mund. Alte Socke. Gut euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Der Einführer von Tiefenbadschanz ist rot. Ich bin beeindruckt. Die Abgeschworenen machen für gewöhnlich kurzen Prozesse mit Söldnern. Aber ihr habt euch um sie gekümmert. Aber ihr habt euch um sie gekümmert. Hier ist eure Belohnung. Ich bin mal 59 Gold. Wow, 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 wow. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe einen Streit. Ja, ja, ja. So, äh, haben wir auch fertig. Ähm. 10 Feuersalze. Ja, Tiefenbadschanz, Tiefenbadschanz. Tiefenbadschanz, 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 Tiefenbadschanz. Mö Depanisbadschanz. B효. Seidnisbadschanz, Tiefenbadschanz. Oh so, so, Omoopverbot. dann wo soll man ein bisschen die Quest hier abarbeiten eier der dritte der Quest gibt es hier ohne Ende er ist genug mit ihm die Krise ich auch immer gerne da habe ich es eben um ohne kreis müsse sein die Unterweisungen Abkürzung doch finde ich ein bisschen unübersichtlich die Stadt bisschen komisch findet dies komisch äh, findet drinnen auch? wenn diese Wachenausweisung ja, ja das war auch ich, Kollege oh mein, wie komm ich da hin? was wollt ihr auch? wollt ihr hier hoch hier vorbei, da rein Schmelzhüttenaufseher, okay da ist er ja hallo ihr seid keiner meiner Arbeiter was macht ihr hier? Arbeiter? hört ihr schwer ich betreibe diese Schmelzhütte und ich habe meine Silberquote noch nicht erreicht was wollt ihr? was wollt ihr? ich will, dass ihr oben Luwak in Ruhe lasst was? ihr wollt mir sagen, wie ich meine Arbeiter zu behandeln habe? wisst ihr überhaupt, wie viel Metall wir für die Silberblutfamilie einschmelzen müssen? ich lasse ihn nicht kaputt arbeiten lasse ihn in Ruhe na schön, schon gut ihr klingt wie ein verfluchter Armeeoffizier aber ich verstehe er soll seine Pause haben ich will nur hoffen das schadet unserer Quote nicht äh, ja abgeschworenen ja, komm Joa also gut haben wir auch erledigt? ein paar Quessi abarbeiten einmal hier hin wohnkaserne wohnkaserne kann ich euch helfen? äh, nein ach, da ist er wohnkaserne ist nichts für euch, glaubt mir um Luwak ihr braucht etwas? ich habe Molo schon überzeugt, etwas entspannter zu sein ich glaube es nicht jemand, der uns hilft? hier das ist die Bezahlung einer Woche aber ihr habt euch jede Münze verdient die 100 boah wow also gut nicht schlecht nicht schlecht so und weiter geht's hm gehen, wo war der denn? da ist mir hier raus ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts was raus und dann Ja, wie ist jetzt der kürzeste Weg raus? Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, Markhal ist so ein bisschen komisch. Hexenheilerheil. Alle Toten. Markantruinen. Komm ich jetzt her, wo ist der Ausgang? Ah, hier raus, ne? Ich glaube, schon besser aus. So, oder? Ja. Wache. Ja, ja, also immer doch. Da kann ich ja sehr leicht verirren, finde ich. Ja, nicht mal so einfach. Ich würde gerne sehen, wie die Sturmmäntel versuchen, in diese Schlucht einzudringen. Ja, völlig schierst du, Hauptrohr. Dann ist der ein Speer. Oh. Ihr solltet den Org in Festung Unterstein aufsuchen, damit ihr euch eine neue Rüstung schmiedet. Ach, hab ich den nicht angemacht, oder? Doch. Hä? Hä? Wollen wir die nicht wegmachen? Die Ort festlegen? Die vierte Ort? Wollen wir die nicht wegmachen? Bin ich jetzt nicht die Gain? Rechte mir nicht an, nicht wirklich. Nehme eine andere Quest. Äh, lass mal wieder weg. Bestimmen machen, kann man später machen. Such die Ritualstätte, weiß mit der. Hä? Soldat! Hier mittendrin im, äh... Will ich mich nicht anmachen. Ah, jetzt, ne. Da, was so. Ähm... Ähm... Zeig mir doch ab der Kahn, zeig mir doch an, wo sie ist. Ah! Äh, Helgen, ja. Geh mal nach Helgen, geh mal im Ausschlag nicht mehr. Aber wir haben ja zu Anfang, ich fing das hier an, das Spiel. Helgen. Beifall... Weillotat vielleicht nicht mehr. Reinhardt, du... Huh? Ha! Ha! Arrr! Jaa... Au! Ha! Au! Wie ging das denn so? Angst! Au! Ach! ja immer schliegen und in Gold überhalten die Rüschkult immer gut oben ist man ach sind auch auch woanders die Schnee wären das ist ja schon ich dachte schon ich hab mich geirrt aber es ist auch schon Schnee teilweise nur da wächst eigentlich auch die Schneebären wegen auch Schneebären weil die Bären im Schnee wachsen so dann brüllen wir nochmal ja 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 Drei Kraten-Sekst. Äh... Reims mit Bicho. Hier sind wir Schneebären. Bei den 7B-Bergen, bei den 7 Zwergen. Hier komm ich nicht rauf. Äh, ja. Bis sie muss ich einen Weg finden. Irgendeinen Weg, dahin. Alles zu steil, so. Wenn man noch nie da waren, muss ich einen Weg erst mal suchen. Ach. Ist doch hier lang. Oder noch weiter hoch. Könnte ich auch sein. Hier, glaub ich nicht, ist ein... Hier direkt hoch. Ich geh noch aus. Äh, ja, das war's, ne? Hier. Nee, bestimmt will ich noch was zu hoch folgen. Nichts? Wie kommt denn? Hier ist ein... ...hund. Ichpliciere nicht. Ich bin ein... ...win. Ich bin ein... ...er und vergen. Ich bin ein... ...werg. ...werg. Oh, der ist nicht auch. vielleicht es geht gut aus ist nicht so weit da wäre es mal den Weg dahin finden Warten smasher und dann klappt es immer oh über uns habe mir gedacht bei gichner vielleicht weniger gewollten ich gebe es gleich nämlich nicht mit was ist hier los Boxen Geld oder was wie was haben wir hier die Bezahl zieht und sexen rampi und wie beschwören ob wir und fertig und maler tagbuchstunden schwörer ist immer mit abends vielleicht gleich lieben und wie beschwören Gequert. Lass mal. Äh... Nein, falsch. Hier. Hier geht's. Schön, ne? Das ist doch. Geht, ne? Abgeschlossen. Ja, verstanden Toten. Ja, wieder was. Was fährst du? Oh, schön. Muss ich gerne hin. Ach, hier ist ja noch was. Geh mal, da ist mal rein. Na, wo bist du? Wo bist du? Na, 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 na. Hm, hm, hm. Ich wusste... Südsrand, heilig du. Einen hatte 57. Öh, nö. Die nehmen wir mit. Südrand, heiligstu. Na, das machen wir noch. Was? Na, stein. Öffneu das Ohr. Öffneu das Ohr. Ja, das ist... Öffneu das Ohr. Öffneu das Ohr. Öffneu das Ohr. Hühnerbrot. Hühnerbrot. Ich werde auch rennen. Ich werde auch rennen. Öffneu das Ohr. Bin ich nicht ganz verstanden. Hühnerbrot. 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 Alles mitnehmen. Das Knacken. 35. Deswegen. Immer machen, immer üben. Da komm ich ja her, ne. Komm mal hier oben lang. Oh, schon auf 49. Ist schön. Ich muss doch kalt sein, so leicht bekleidet. Hühnerbrot. Ich würde mir auf alle Fälle was abfrieren. Aber naja. Neutmaierkrieger nicht in Taten nehmen. Das ist schön. Hö, du, du! Der war es, ne? Äh. Der war es, ne? Fuck them. There's something about it. das war unerwartet die bunte kriegsmagie ja wenn man ja auch mit dem raum mit einem das kam ein bisschen unerwartet aber auch mehr geschafft aber hier ja heiden warten dann ist auch fertig ach so mit das buch noch lesen ein aber vor allem ich würde sie liebsten störung auf 16 warum nicht ist ja das nix alles gewicht von null so können wir wieder hier rausgehen haben wir das auch erledigt und auch eine quest irgendwo für den kopfgeld bestimmt er da ich mal raus und auch gleich wieder raus hier ja ja also ich musste kurz niesen es immer wieder raus ok leute ich sagen das war's für heute sehen wir uns in der nächsten folge von skyrim wieder dein schön mitte